Hallo, mein Name ist Regina und ich mache meinen Freiwilligendienst bei der ambulanten Hilfe für Wohnungslose bei der Caritas in Bersenbrück. Ich habe mich für einen Freiwilligendienst entschieden und meine Zeit ist zu meinem Ausbildungsbeginn sinnvoll zu nutzen, um neue Erfahrungen zu sammeln und um mich persönlich weiterzuentwickeln. Zu uns kommen Menschen, die wohnungslos sind und die betreuen wir, zeigen ihnen Möglichkeiten auf, die sie haben. Dann kümmere ich mich um die Übernachtungsstelle. Ich gebe Spenden aus, wie auch Gutscheine für die Tafel und Rucksäcke, Schlafsäcke, alles was sie benötigen. Wichtig bei meiner Arbeit ist es, dass die Menschen ihre Selbstständigkeit behalten und man halt nicht zu viel tut. Genauso, dass sie mit Schicksalsschlägen zu uns kommen und damit muss man halt lernen auch umzugehen. Ein Schicksal darf berühren, aber es sollte einen im Alltag nicht zu sehr belasten.